Hallo, ich bin Heike Makatsch. Ich bin Schauspielerin. Es hat geklingelt, aber ich mache nicht auf. Vielleicht ist es Lieferando, vielleicht Amazon, DHL. Egal, ich mache nicht auf, weil ich Verantwortung übernehme für dieses Land. Und es macht mir große Sorgen, dass es da draußen egoistische Leute gibt, die aufmachen wollen. Gerade jetzt, wo es besonders wichtig ist, dass wir alle nicht aufmachen. Ich mache immer noch nicht auf. Vielleicht stapeln sich da draußen die Pakete und die Pizzas, aber damit müssen wir klarkommen. Wir alle, die wir in diesem Haus leben. Gemeinsam schaffen wir das. Bleiben Sie gesund und machen Sie auch nicht auf. Danke. Danke. Das war mein Liefer 신 Uneilibe zu Ende. Es ist die zehn Minuten Louise W uczest, pissed ich nach.